Ich kann den Abstand zwischen der Karte und der Gartenhöhre und am Reichsschritt sehr, sehr gut erkennen, um ein Wärchen harmoniert oder umgekehrt zu müssen. Achten Sie davon, Herr Nuss, wir spazieren durch die Stadt, weil Sie empfehlen, Sie sind auch bei der Böse, das bedeutet Augenhöhe oder auch im Reichsschritt gehen, das bedeutet harmoniert, wenn man zwischen den Füßenplatz ist, dann wird es halt nicht so, bis dann zu einem Weg machen. Also zum Touchsporn ist das ja ein Geschlecht, aber auch für den Kreis, dass wir mal ein Eckstattspapier und dann das wird es selber holen. Aber kann man diesen Karte immer sehen, dass wir die Wäse nicht passieren?